Die Welt ist Bewegung und Fortschritt. Unsere Welt sind technologische Lösungen, die diesen Fortschritt ermöglichen. Bei allem, was wir tun, stehen Ihre Bedürfnisse im Zentrum. Profitabilität, Sicherheit und Wachstum. Wie wir das tun? Ganz einfach. Wir hören Ihnen zu und stellen die richtigen Fragen. Wir sprechen mit Ihnen über Wirtschaftlichkeit, Wachstumsziele und Wettbewerbsfähigkeit. Über die Möglichkeiten, Ihre Fertigungskosten zu senken und die Effizienz zu erhöhen. Und wie sich Prozesse vereinfachen und produktive Zeiten maximieren lassen. Wir entwickeln die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse. Serienfertigung, Massenproduktion oder flexibles Produktionssystem. Zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse. Wir fertigen Ihr System in einem unserer Produktionszentren. Dabei legen wir Wert auf die Reduzierung der Bearbeitungskosten und kürzere Durchlaufzeiten. Auf Zuverlässigkeit durch erhöhte Liefertreue. Wiederholgenaue Prozesse und stabile Fertigungsqualität. Und auf die Wettbewerbsfähigkeit durch Erschliessung neuer Marktsegmente. So gelingt es uns, Ihnen messbaren Mehrwert zu schaffen und zu Ihrem Erfolg beizutragen. Also uns war es wichtig, dass wir in dieses System alle Vorrichtungen rein kriegen, um so wenig wie möglich umzubauen. Vorher haben wir das mit drei Leuten gemacht und heute haben wir es gepackt mit zwei Leute. Und die Rückseite haben sich minimiert auf fast null. Mehrwert von Losgröße 1 und habe es wirklich hingebracht. Wir helfen Ihnen, die Welt zu bewegen. Dafür stehen wir. Engineering precisely what you value.